Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Es hat sich doch einiges getan seit gestern, auch wenn die Bewegungen jetzt nicht so krass waren. Trotzdem gehen wir auf meine neuen Trades ein, welche abgeholt wurden, welche möglicherweise ausgestoppt wurden. Zeige ich euch jetzt alles in dem heutigen Video. Außerdem schauen wir uns an, kann Bitcoin möglicherweise noch übers Wochenende in Richtung 21.200 US-Dollar noch aufsteigen. Schauen wir uns alles an, aber bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, schreibt unten gerne eure Altcoin-Wünsche rein, wenn ihr welche habt. Die können wir uns dann im Laufe der nächsten Tage auf jeden Fall gerne angucken. Und wer es noch nicht angesehen hat, ich habe gestern schon ein ausführliches Altcoin-Update rausgehauen, wo einfach so die wichtigen Trades auch möglicherweise drin sind. Cardano ist drin, Polkadot wurde gestern schon abgeholt. Gehen wir jetzt im Laufe des Videos gleich nochmal drauf ein, um welchen Trades es da ging. Ansonsten Elrond auf jeden Fall noch einen Blick behalten und XRP ist da auch mit drin. Also schaut euch das gerne an, 18 Minuten volle Altcoin-Power. Würde mich freuen, wenn ihr auch gerne unten einen Kommentar dabei lässt und da vielleicht eure zukünftigen Altcoin-Wünsche noch reinschreibt. Gut, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 20.700 US-Dollar. Wir sind hier, ich habe hier nochmal ein kleines FIP-Level gezogen, sind es hier übers Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung erst einmal ausgebrochen. Habe hier auch gleichzeitig noch eine neue Short-Position aufgemacht. Muss aber dazu sagen, ich habe gestern unten noch eine Long-Position bei ungefähr 20.200 US-Dollar aufgemacht. Stop-Loss war 19.900, also hat er zum Glück nicht ausgestoppt. Also das wäre ärgerlich gewesen, aber deswegen habe ich jetzt auch gerade noch die Short-Position offen. Bedingung darunter ist, die Short-Position ist etwas kleiner als die noch offene Long-Position, da sind schon zwei Take-Profits gefallen. Deswegen habe ich diese Short-Position aufgemacht und somit hat man auch im Endeffekt kein Risiko. Sollten wir jetzt hier runtergehen in Richtung, ich sage jetzt mal 20.300 US-Dollar, nehme ich hier Take-Profit 1. Stop-Loss ist dann auch hier Entry und die Long-Position läuft weiterhin parallel. Somit kann man im Endeffekt von beiden Seiten profitieren. War aber jetzt auch nur der Grund, weil eben diese Long-Position noch offen war. Wie gehe ich jetzt weiter davon aus? Also wie gesagt, Wochenende sowieso eher ruhigeres Wochenende erwartet. Es gibt jetzt nichts wirkliches, was jetzt noch passiert ist oder was uns jetzt noch nach oben pumpen oder extrem dampen kann. Trotzdem kann ich mir wie gesagt nochmal so einen kleinen Rücksetzer vorstellen, dass wir wie gesagt einfach nochmal hier runtergehen, nochmal diesen Pump hier eben auffüllen bis ungefähr 20.300 US-Dollar und dann möglicherweise hier wirklich dieser Hoch in Angriff nehmen, spätestens nächste Woche. Also momentan sieht der Markt nicht wirklich schwach aus, eher dass wir sogar noch ein bisschen Luft nach oben hin haben. Und da würde sich eben diese Ineffizienz hier oben nochmal anbieten bei ungefähr 21.100, wenn nicht sogar bis 22.000 US-Dollar. Da bin ich immer noch ein bisschen überfragt, wo ich meine Short-Position reinsetze, aufgrund eben dieses krassen Abverkaufs hier drüben. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn die Long-Position natürlich noch laufen sollte in dem Zusammenhang, dann kann man natürlich mit deutlich mehr Risiko reingehen in so einen Trade, weil man wie gesagt noch parallel dieses Long-Position laufen hat, die zusätzlich noch Gewinne generiert. Aber ansonsten tue ich mir hier schwer, ob ich entweder bei 21.150 oder wirklich erst bei den 22.000 US-Dollar wirklich hier eine Long-Position aufmache. Das ist momentan noch so, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, weil wir hier auch momentan keine Pivots mehr dazwischen haben. Der untere war bei 20.000, der obere ist dann ungefähr bei 22.000 US-Dollar. Und das ist das, was mir momentan ein bisschen Sorgen bereitet. Also gehen wir jetzt mal nur vom 1618er aus, hätten wir hier Luft bis 21.600 US-Dollar. Und das ist sogar momentan, sage ich mal, mein Primärziel. Also die 21.500, 21.600 ist momentan mein Primärziel, einfach um hier oben die Short-Position aufzumachen und dann möglicherweise diese komplette Gegenbewegung im Laufe der nächsten Woche, wo fett Zinsen kommen, wir wissen nicht, was da noch so gesagt wird, dann rauskommt und dann in Richtung 19.300 US-Dollar eben runter diese Position anoffenzulassen. Aber das, wie gesagt, wird sich jetzt in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall zeigen. Momentan hoffe ich einfach mal, dass wir uns zumindest noch hier oben dieses Hochholen bei 21.000 US-Dollar, einfach weil hier noch eine Menge Liquidität liegt und dann, sage ich mal, die Kehrtwende vielleicht im Laufe des Wochenendes schon mal hier runter in Richtung der 20.300 US-Dollar machen. Gut, so viel zu Bitcoin. Bitcoin gibt eigentlich momentan echt wenig zu sagen. Wie gesagt, wir hatten ja diesen Anstieg. Ethereum sieht da schon wieder ganz anders aus. Also Ethereum hatte ich gestern kurz einen Long-Laufen, der wurde dann nach Take-Profit 1, relativ zeitnah, wurde der ausgestoppt. Bereue ich jetzt gerade, dass ich einen Stop-Loss ein bisschen zu eng gesetze. Aber gut, man kann nicht alles haben im Endeffekt. Momentan 1.583 US-Dollar. Und wir haben eine Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart mit höheren Hochs im Chart, aber tieferen Tiefs im Arrows-Eye. Gefällt mir eigentlich nicht und ich bin auch hier gerade am überlegen, ob ich hier eine Short-Position aufmache. Das Einzige, was mich daran hindert, ist eben hier nochmal dieser WIG, der hier drüben liegt, der auch mit relativ viel Volumen gebildet würde. Wir zeichnen das hier mal ganz kurz ein. Und dann eben hier oben dieser Pivot, der bei ungefähr 1.672 liegt. Und Ethereum sieht momentan ein bisschen stärker aus. Man sieht es hier klar, das Volumen nimmt deutlich ab jetzt. Pro Hoch haben wir immer weniger Kaufvolumen hier drin. Aber das ist eben der Grund, warum ich bei Ethereum noch ein bisschen zögere und wirklich hoffe, dass wir uns bei Bitcoin eben auch noch den WIG holen. Weil dann wäre wirklich der Fahrplan, dass Ethereum noch ein bisschen weiter steigt, wir die Bearish Divergence noch ein bisschen ausbauen. Und dann ins Wochenende Richtung 1.650 bis maximal 1.680 US-Dollar gehen. Weil gleichzeitig liegt hier oben auch noch diese Ineffizienz. Ihr seht hier diesen Docht. Der würde perfekt mit dem Monats-Pivot hier übereinstimmen. Und da ist momentan auch eine Limit Order bei mir drin. Bei ungefähr 1.660 US-Dollar. Ich lege es lieber gern ein paar Dollar weiter runter. Seht ihr gleich bei Perkodot, warum ich das gemacht habe. Und das ist jetzt momentan der Fahrplan. Also jetzt erstmal gucken, wie sich hier das weiter ausbildet. Wir haben die Bearish Divergence. Wir haben aber immer noch, wenn Bitcoin nach oben zieht, auf jeden Fall noch Luft nach oben hin, um einfach diese Order hier oben abzulösen. Momentan ist mir der Short hier ehrlich gesagt ein bisschen zu risky. Auch wenn wir jetzt bei Bitcoin Richtung 20.3 gehen, wären wir bei Ethereum, sag ich mal, in dem Bereich der 1.525. Klar, das wäre eine krasse Gegenbewegung. Zumindest prozentual mal kurz 4%. Aber mir ist das Risiko, dadurch, dass jetzt noch 2 Bitcoin Shorts laufen, 1 Bitcoin Long, der ICP Long und der Polkadot Long, ist mir das Risiko einfach zu hoch, dass man wieder zu viel im Blick behalten kann. Das sind jetzt 5 Positionen, die offen sind. Man muss jetzt auch nicht übertreiben, ganz ehrlich. Ja, aber das wäre jetzt erstmal der Fahrplan. Ansonsten kriegen wir kein höheres Hoch und Bitcoin konsolidiert weiter, beziehungsweise geht in Richtung 20.300, werde ich mir erstens mal hier den Bereich um 1.425 US-Dollar im Blick behalten, um dann hier im Endeffekt auch diese Ineffizienz hier aufzulösen und dann einen neuen Versuch, vielleicht in einer neuen Woche in Richtung dieser Marke eben zu starten. Gut, dann schauen wir uns Polkadot an. Polkadot, ich kann es nicht anders sagen, wurde wirklich perfekt auf den Dollar abgeholt. Also ihr habt hier drüben die Ineffizienz, die ich hier eingezeichnet habe, die wurde wirklich auf den Dollar genau abgeholt. Entry bei mir 6,58 Dollar. Ich glaube, das habe ich gestern auch im Video gesagt, also in einem Altcoin Update Video, gerne anschauen. Da sind sehr, sehr viele Trade-Ideen, wie welches Level erreicht werden muss und dann mögliche auch Trade-Setups. Gleichzeitig haben wir auch noch das Falling Wedge hier im Endeffekt nach oben hin ausgebrochen und auch das Preis vielleicht perfekt erreicht. Und was wir jetzt auch hier noch haben, ist jetzt auch eine 4-Stunden-Bearish-Divergence. Kleiner Tipp, ich habe meinen Stop-Loss mittlerweile schon auf Entry gesetzt. Profite sind genommen, die ersten 20% und jetzt schauen wir einfach mal, wie im Endeffekt dieser Trade weitergeht. Theoretisches Ziel ist dann zumindest hier der nächste Bereich um ungefähr 6,40 Dollar. Und dann hier unten in Richtung 200 SMA, das heißt hier dieser letzte Wigpa ungefähr 6,27, wäre der dritte Take-Profit. Übergeordnet hätte ich gesagt, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert, wenn wir nochmal in dieses Golden Pocket Bonk ungefähr 6,11 Dollar gehen. Würde auch im Endeffekt hier diesen ehemaligen Support, den wir hier hatten, der dann zwischenzeitlich Widerstand war, wiederum zu Support flippen. Und wir könnten im Endeffekt den Trend nach oben hin fortsetzen. Wir würden gleichzeitig dann auch ein höheres Tief bilden. Also das ist momentan so der Fahrplan, den ich momentan zumindest sehe, aufgrund dieser Bearish-Divergence, aufgrund dieser Ineffizienz, die jetzt endlich abgeholt wurde. Die können wir jetzt auch im Endeffekt erst einmal rausmachen. Die wurde abgeholt und jetzt im Endeffekt kleine Trendwende nach unten wäre das wünschenswertste Szenario. Aufgrund dieses Voids, beziehungsweise auch hier unten diese Ineffizienz, die hier noch liegt, wenn wir die noch abholen würden, neue Long-Position nach oben hin aufbauen. Und dann den Trend im Endeffekt umkehren. Sieht momentan wirklich ganz gut aus, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also Glückwunsch, wer das mitgenommen hat, wer das Video schon gesehen hat. Wer nicht, kann es gerne nochmal angucken. Da sind auch noch natürlich weitere Trade-Ideen drinnen. Gut, dann schauen wir uns noch B&B an. B&B extrem gepumpt, weil es da wieder Gerüchte gab mit Elon Musk und Binance-Chef, dass da Twitter irgendwie ein bisschen mehr noch integriert werden sollte. Also hat den Kurs extrem, extrem beflügelt. Wir sind trotzdem weiterhin in dieser Seitwärts-Range. Nichts geändert. 256 bis ungefähr 310 geht ungefähr unsere Seitwärts-Range, wie wir schon länger eingezeichnet haben. Spot-Käufe sind ja da unten getätigt worden. Habe ich ja gesagt, die grüne Box ist einfach Spot-Einkauf-Level für mich. Und momentan überlege ich auch hier einen möglichen Short-Entry reinzumachen. Wir haben zwar hier auf dem 4-Stunden-Chart keine wirkliche Divergenz. Wir haben aber gleichzeitig die gleichen Hochs. Und das Volumen ist noch sehr, sehr hoch, sage ich mal in diesem Bereich. Also da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig mit möglichen Short-Positionen. Lieber wäre es mir ganz ehrlich, wir holen uns auch nochmal dieses Hoch hier bei ungefähr 306. Und dann könnten wir einen möglichen Short-Entry in dem Bereich hier bei 312 ungefähr legen. Warum? Schauen wir uns auch gleich noch dazu an. 4-Stunden-Chart wieder aufmachen. Einfach aufgrund dieses letzten Hochs hier drüben nochmal haben wir bei 311 gebildet. Hier dieser Wig könnte nochmal gefüllt werden. Beziehungsweise haben wir auch noch eine minimale Ineffizienz hier drüber bei ungefähr genau 312 US-Dollar. Also heißt Stop-Loss müsste auf jeden Fall hier über diesen Bereich von 312,30. Und dann schauen wir einfach mal, wie dieser Short ausgeht. Sollten wir uns das hochholen, werde ich sehr wahrscheinlich sogar in den Trade noch reingehen heute im Laufe des Tages. Einfach um die Gegenbewegung dann möglicherweise nach unten hin mitzunehmen. Zumindest in dem Bereich der 2 oder 93. Top-Preisziel wäre 277. Fraglich, ob wir uns das holen. Aber gut, es ist Wochenende. Es kann relativ viel passieren. Und noch ein kleines Update. Internet-Computer habe ich euch ja auch schon oder haben wir schon des Öfteren darüber gesprochen. Ausbruch aus dem Falling-Vedge-Trade läuft. Retest ist geglückt. Ich war zweimal drin im Endeffekt. Ich habe den hier unten schon aufgemacht. Bin dann hier oben dann komplett wieder rausgegangen. Einfach, weil ich gehofft habe, diese Widerstandszone federt uns zurück. Und wir hatten dann im Endeffekt hier einen perfekten Retest mit mehrerer Konsolidierung. Trade ist jetzt offen. Swing-Trade. Ich habe euch aber auch dazu gesagt, ich werde den Trade, auch wenn er ins Minus geht, nach unten hin weiter aufbauen nochmal. Aber habe auch hier jetzt ehrlich gesagt schon die ersten Profite genommen, auch wenn es ein Swing-Trade ist. Einfach um nochmal ein bisschen Risiko rauszunehmen, sollten wir hier wirklich nochmal in diese grüne Box bei ungefähr 4,70 Dollar laufen. Ansonsten ist das Potenzial erst einmal bei ungefähr 5,49 Dollar. Der nächste stoppt dann bei 5,80 Dollar ungefähr. Aber der Trade läuft. Schauen wir mal, wie er sich weiter ausgeht. Ansonsten wirklich perfektes Musterbeispiel aus einem Ausbruch, aus einem Falling-Vedge mit Breakout, mit sehr, sehr viel Volumen. Dann dieser Retest und dann eben diese Candle nach oben. Wobei uns hier wirklich noch ein bisschen so diese mehr Impulsivität einfach nach oben hin fehlt. Aber gut, schauen wir einfach mal, wie sich der weiter ausbaut. Und ansonsten gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Avalon startet 2023 erstes Web3-Game. Ja, lest euch den Artikel gerne durch. Ich weiß nicht, wie ihr zu Web3 steht. Seht ihr das wirklich so sinnvoll für die nächsten Jahre oder was denkt ihr, was wird daraus? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und wird China Hongkong nutzen, um einen Fuß in der Kryptowelt zu behalten? Ein sehr politisches Thema, wie ich anmerke zumindest, weil China doch spekuliert wird, irgendwann mal neue Weltordnung im Endeffekt von den USA im Endeffekt zu übernehmen. Also sehr, sehr interessant, wen dieses ganze Thema China, Hongkong und sowas interessiert. Lest euch gerne den Artikel durch. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Link dazu wie immer und in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns dann morgen früh zu einem Update-Video wieder. Bis dahin, lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Stay Crypto.